Was probieren? Ja, okay. Ja, reicht. Flash. Okay, ich komme. Nice. Ich laufe einfach rüber. Ich habe noch Flash und ich laufe dann einfach zur Spit. Warte, den killen wir. Ja, nur passive raus. Oh, leil. Ich bin unnötig geflasht. Jetzt bin ich aber ein bisschen am Arsch. Hat er noch Flash, Garen? Nein. Jetzt bin ich aber richtig unnötig geflasht. Komm rum jetzt. Oh, es stinkt. Easy. Ich habe keine Ult, aber ich müsste ja keine Flash haben. Oh, leil. Ne, raus. Raus. Priss ihn sonst. Ich habe keine Ult. Oh, leil, er hat alles drauf gemacht. Ignite, Q. Das wird ja jetzt sogar angezeigt, ab wann man einen essen kann mit Shogat, dass der stirbt. Echt? Ja. Schon länger so. Wusste ich auch nicht. So ähnlich wie bei Pyke, wenn der... Och, nö. Junge, ey. Ah, fuck, das war ein dummer Flash. Ich habe nicht gesehen, dass ich ignited bin. Waren da ein Timo? Ich habe den gequillt, easy. Das ist jetzt aber an, wie ich jetzt. Oh. Warte, ich hole mir den kurz mal ab. Glütung ist so fucking stark. Der Timo ist gerade geflasht. Ich weiß nicht, ob wir das fighten sollten. Ja, okay, können wir. Alter, 700 Damage nur von der Ult von Garen, holy. Nein. Nein, ich kann die nicht essen. Oh, ich habe noch meine Ult rausbekommen, ein bisschen schade. Aber, Junge, die Range zum Essen ist ja einfach so klein. Wo will der denn? Interessant. Oh. Junge, Smite-Kill. Ja. Dann holt. Ja. Ja, dann holt. Ich habe auch noch holt. Och, Mann, ey. Ich komme gar nicht zum Essen. Ja, ich wollte den eigentlich nur knock-upen und weglaufen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich komme nicht zum Essen, Alter. Ich komme. Rein, Jonas, rein. Komm auch. Nein, lass sie das nicht einnehmen. Ich slow hier alles. Oh. Ist der noch Passiver? Ja. Woran bin ich gestorben? Er hat, glaube ich, noch Weh rausbekommen. Mehr als ob. Oh. Ja, danke, Alter. Ich muss rausflaschen. Ich muss rausflaschen. Oh. Okay. Das ist jetzt belastend. Hier, direkt auf den Timo. Ich kann den so hart slowen mit den Geistern und allem drum und dran. Okay, zwei, eins. Go. Oh, der kriege ich, Alter. Den kriege ich so hart. Junge, er... Junge, er macht den Damage. Geh auf den Seic. Geh auf den Seic. Oder... Der Garen pusht Botlane durch, Alter. Töte den. Ich fress aber auch Schaden. Timo ist richtig, richtig übel. Vor allem mal Botlane deffen, weil der übelste Damage macht mit diesem Verstrengarganienz. Oh. Ey, ich raste komplett aus, Alter. Hat der noch Röden? Ey. Ey. Oh. Junge. What the fuck, Alter. Was ist das für ein Champ, ey. Dieser Champion, ey. Ist ja gestört. Aber ich hab ihn... ...noch Aua gemacht. Auf den Garen, irgendwie? Ja, halt. Junge. Wie viel? 1708 durch die Ult? 1708 mit nem Point in Glitchfield. So, jetzt kommen wir wieder zu Place. Mit nem Point in Glitchfield. What? Geil. Fünf Sekunden hab ich wieder, äh, Geister. Tessin. Nice. Kann ich ihn slowen? Ich hab Garen gefunden. Lass mich mal den Letzten fressen. Okay, dann nicht. Lass mal schnell durchpushen, bevor Garen durchpushet. Naja, lass finishen jetzt einmal für den Finish gehen. Wir sind schnell, wenn wir erstmal da sind. Oh Gott. Wow, wieso? Toll, jetzt hab ich den Fokus gekriegt. Scheiße. Oder solltest du abbauen? Nur wie viel Damage der Garen macht. Ne, Moment, das war der ganze Tower. Ich hab die ganze Zeit nur Tower-Argo gekriegt. Äh. Alter, was sagst du? Geister! Ja, der fährt erstmal nur. Der fährt erstmal nur die Minions. Nein. Doch. Oh, Christian eh nicht. Oh, Leute. Warum macht ihr den Sohn jetzt? Ja, geh weg jetzt. Das kriegst du nicht. Was war das denn für ein Viktor Strahl? Wirf's doch da jetzt. Okay, ich komm hoch. Ich sterbe nicht. Der wurde gefuttert. Komm, äh. Oh Gott, hier kommen wir alle an. Auf den Garen, auf den Garen, auf den Garen. Okay. Ich gebe alles. Nur den Garen fokussend. Warte? Guck mal, ich hab den Inibitor verteilt. Top-Dank. Weiß geil, was der wirklich rollt. Der ist so schnell. Oh ja. Oh mein Gott, Hilfe. Warum kommt der denn her? Junge, was machen die beiden denn hier? Ja. Wir müssen jetzt feiern. Ja, komm mal. Krieg ich auch richtig Schade. Er ist auf den Timo, oder nicht? Komm ich nicht ran. Ach du Scheiße. Raus, oder was? Ich bin wirklich slow. Der resettet übelst langsam. Er hat keinen Sonjas. Ah, nice. Das haben wir. Hilfe, er darf mich nicht ulten. Ja. Ich muss ihn hochknocken. Was? Wie kann das sein, wenn er hochgenockt ist? Er stirbt. Wie kann er mich essen, wenn er hochgenockt ist? Ey, dicker. Das ist irgendwie ein bisschen buggy. Ah, easy win, Junge. Ja, auf jeden. Alter. What the fuck? Easy. Let's go!